Ich sehe schon in der ersten Reihe auch jüngere weibliche Wesen sitzen und die fragen sich ja, wer sind die Sänger. Den ersten, den ich jetzt mal ein bisschen vorstellen möchte, ist der bestfrisierte Mann in der Gruppe. Das ist der zweite von rechts aus ihrer Sicht, der hat die schlankste Teile in der Gruppe, ohne Zweifel. Und das ist der Gustav Auger, ein ganz begnadeter Baritone, er war früher Kreuzkurknabe. Und der Gustav ist original Sinning. Und das heißt, wenn jemand Interesse hätte am Gustav, dass er ihn kennenlernt, der sitzt dann da hinten und sich nicht so traut, kann er sich gerne beim Bernhard, dem anderen Tinder und mir melden. Wir treffen dann so eine Vorauswahl. Da ist ja oft ein großer Antrag. Und der singt jetzt im nächsten Stück auch ein ganz besaugendes Solo, ein berühmtes Stück von den Comedian-Anonisten, mein Onkel Bumba aus Kalumba.